Heute möchte ich Ihnen unsere neue Geschwindigkeitsanzeige GR33L kurz präsentieren. Diese Geschwindigkeitsanzeige enthält ein Vollmatrix-Display, das neben der Geschwindigkeit auch Bilder anzeigen kann. Neu dabei ist die Gehäusevariante L für Light. Die Hülle dieser Anzeige besteht aus einem sogenannten Aserkunststoff, der sich durch hohe Stabilität und Dichtheit auszeichnet. Das Gerät hat eine quadratische Abmessung von 60 cm und ist nur 4 kg schwer. Wie alle unsere Displays ist auch diese Lösung sehr kompakt und schlank. Bei der Konstruktion dieses Gerätes wurde darauf bedacht genommen, dass ein Mann alleine diese Anzeige an einem Masten montieren kann. Das Gehäuse ist auf der Vorderseite mit einer hochreflektierenden Folie überzogen. Die Beschriftung dieser Folie erfolgt individuell nach Kundenwünschen. Die Frontscheibe besteht aus Lexan, ist entspiegelt und schlagfest. Um eine hohe Lesbarkeit auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu erreichen, wird eine sogenannte Kontrastblende eingesetzt. Die LED-Fläche ermöglicht es, knapp über 30 cm hohe Bilder und Zeichen anzuzeigen. Wir verwenden besonders leuchtstarke LEDs der Marke Osra, die sich durch eine hohe Langlebigkeit auszeichnen. Die einmalige Optik ergibt einen breiteren Abwäsebereich und tolle Kontraste. Die Anzeige ist über Bluetooth programmierbar. Es können diverse Bitmaps hochgeladen werden, die dann wiederum tageszeitabhängig oder geschwindigkeitsabhängig angezeigt werden. Sogar die Schriftart der einzelnen Geschwindigkeiten ist änderbar. Dadurch ergibt sich eine bessere Lesbarkeit als bei herkömmlichen eckigen 7 Sekunden Zahlen. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass die Geschwindigkeitsanzeige GR33L ein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnissen bietet. Kontaktieren Sie uns einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.